Liebe Siebenfälle-Liebhaber und Sie, die es noch werden wollen, hinter mir sehen Sie ein großes Bild von unserem Gesundheitsversor. Gehen Sie mit mir zusammen auf die Reise nach Ihrem Lieblingsort und wir gehen jetzt schon zusammen an meinen Lieblingsort. Der befindet sich ganz oben im dritten Stock in unserer Bar, in unserer Terminklagerei. Das Siebenquail-Gesundzeit-Ressort eröffnet er im Jahr 2016. Wir haben ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 124 Zimmern. Direkt daran angeschlossen und für unsere Gäste sehr leicht zu erreichen. Wir haben einen großartigen Wellnessbereich, Medical Spa-Bereich und direkt im Anschluss daran unter anderem unseren weitläufigen Saunabereich mit neun verschiedenen Themensaunen, Außenbecken zum Erfrischen und einer leckeren Gastronomie. Weiter geht es dann in unserem großen Wasserweltbereich. Auch dort finden Sie Außenbecken und auch als Highlight unsere Coco Bongo Pool Bar. Abschließend geht es in die Gesundheitsreise. Dort finden Sie sieben verschiedene Anwendungen für Ihre Gesundheit, unter anderem die Sand-Licht-Therapie, Kneippbecken und ein Schwebebecken. Unser Ressort liegt wunderschön gelegen inmitten des Fichte-Gebirges. Wir haben hier einen schönen Ausblick auf die Berge. Wir liegen in unmittelbarer Nähe zum Weißenstädter See. Wir sind jetzt hier an meinem Lieblingsplatz, der Kaminflackerei im Siebenquell-Gesundzeit-Tressort. Ganz oben in der dritten Etage mit einem wunderbaren Ausblick genau ins Fichte-Gebirge. Wenn ich ein bisschen nach rechts gucke, kann ich den Weißenstädter See sehen. Im Winter lodert hinter mir das Kaminfeuer und es gibt tolle Drinks, gute Atmosphäre. Ab und zu spielt eine Band, ab und zu wird gesungen, es wird viel gelacht und hier fühle ich mich wohl. Hier sitze ich gerne. Gehen Sie mit mir auf die Siebenquell-Reise. Tschüss!